Blindenfußball in Deutschland. Eine Chronik. 2006. Kick-Off in Deutschland. Mit dem ersten internationalen Blindenfußballturnier am 26. und 27. Mai 2006 in Berlin begann die Geschichte des Blindenfußballs in Deutschland. Hierzulande gab es bis dahin keinen organisierten, vereinsgebundenen Blindenfußball wie etwa in Südamerika, England oder Spanien. Um dies zu ändern, hatten Vertreter des Sozialverband Deutschlands und des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands in Zusammenarbeit mit dem Behindertensportverband Berlin und der Hartl Plus Tank GbR Ideen für eine Etablierung des Blindenfußballs in Deutschland entwickelt. Dieses Gespann initiierte die Austragung eines ersten repräsentativen internationalen Donneers in Berlin, den International Blind Challenge Cup. Dieser fand im Mai 2006 statt. Zu Gast waren Brasilien, die Gold bei den Paralympics 2004 holten, und die drei besten Mannschaften der Europameisterschaften 2005 in Malaga, Spanien, Frankreich, Spanien und England. Die Teams spielten um den ersten Berliner IBCC-Pokal, der als ausgewiesener Warnapokal symbolisch für die zukünftige Fortführung von Blindenfußballturnieren in Deutschland stand. In einem Endspiel der Punktbesten Mannschaften des Turniers, Brasilien mit 6 Punkten und Spanien mit 4 Punkten, gewann Spanien mit 1 zu 0. Frankreich landete auf dem dritten Platz. Der IBCC stand unter der Aufsicht von 4 lizenzierten Schiedsrichtern der YPSA aus England, Frankreich, Griechenland und Spanien. Im Rahmen dieses Workshops vermittelte die englische Nationalmannschaft einer Auswahl von interessierten deutschen Sportlern die Kompetenzen, um im Anschluss an ihren Wohnorten selbst Trainingsgruppen aufzubauen. Vorreiter hier waren die Standorte Stuttgart und Hamburg. In Stuttgart begann unmittelbar nach diesem Kick-Off das Training unter dem Dach des Berufsförderungswerks Nikolauspflege. Die Sportler aus Hamburg gründeten eine Blindenfußballgruppe in den Vereinsstrukturen des Profiklubs FC St. Pauli. Neben der bereits seit April existierenden Blindenfußball-Trainingsgruppe an der Universität Tübingen, rollte im Laufe des Jahres 2006 auch in Würzburg bei den BSG Essen, dem ISC Viktoria Dortmund und nicht zuletzt in der Blindenstudienstadt Marburg der Rasselball. Die Sportler aus Hamburg-Trainingsgruppe an der Blindenfußball-Trainingsgruppe 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 an der